Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines. In der letzten Folge haben wir hier mit unserem Finanzdistrikt angefangen und heute würde ich ganz gerne hier nochmal neue Wohngebiete anlegen. Das bedeutet, dass wir wieder ein bisschen malen dürfen. Das da, das da, das da, das da, das da. Da soll Wohngebiet werden und ich würde sogar zum Teil, weil hier eh ein Park ist, bis hier Wohngebiet machen. Aber hier dann einfach wieder ein paar Bäume zur Abtrennung zur Universität. Wenn die ganzen Studis da drüben laut sind und anderen Unsinn machen, dann muss das ja hier die Menschen im Wohngebiet nicht stören. So. Hey, wieso sind die traurig? Wieso wollen die von mir, weil ich Bäume gepflanzt habe oder was? Ach ne, weil es denen an medizinischer Versorgung und so ein Sheet mangelt, ne? Das wäre wieder ganz gut hier. So ein medizinisches Labor neben der Uni. Würde Sinn ergeben, oder? Wenn man das hier so hinbaut. Oder wenn man denn hier vielleicht nochmal eine Straße macht. Ist das die Straße hier? Ich glaube. Ja. Wenn man hier so eine Parallelstraße macht. Oh, Studienjahr ist beendet. Campus Attraktivität minus 10. No. Oh, aber erreicht angesehen statt anerkannt. Statue, Bibliothek, Mathe AG, medizinische Fakultät und Universitätsfestsaal. Das gefällt mir. So, aber erstmal kommt hier unser medizinisches Labor hin. Ja, Feuerwehr wäre auch noch ganz gut. So eine Feuerwache. So, an die Stelle. Wie sieht es aus mit den Cops? Ah, die haben wir ja schon hier. Wait, was war das? Polizei. Was ist hier los? Hat wieder einer beim Saufen Campus angezündet, oder wie? Schlimm ist es. Okay. Dann geht es weiter mit unserem Universitätsgelände. Campus. So, Lernsaal. Wo sind denn die neuen Sachen? Cafeteria haben wir. Hier eine Bibliothek. Können wir hier hinbauen. Dann eine Mathe AG. Ja, hier passt es nicht mehr hin. Sollte hier in der Nähe von den Wohn- und Schlafräumen sein, würde ich sagen. Universitätsfestsaal. Oh, Festsaal. Würde ich hier sehen. Direkt hier rüber und boom, Festsaal. Dann hier noch eine schöne Statue. Einfach für den Flex. So, medizinische Fakulti. Alter, Verwalter. Willst du mich verarschen? Ähm. Okay. Oder Jura. Die Verbrechensrate und die Polizeikosten sinken in der gesamten Stadt. Oh. Okay. Studenten in der Fakultät arbeiten in den örtlichen Arztpraxen, Krankenhäusern und Praktikanten. Das erhöht die Effizienz des Gesundheitswesens. Die Anzahl der Krankenwägen und die Patientenkapazität. Boah. Holy shit. Um. 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 Ich habe da so das Gefühl, dass unser Campus-Gelände vielleicht noch zu klein ist. Ja. So. Boah, das sah gerade aus, als wären die hier irgendwie, ne? So, dann. Ich sehe auch gerade, dass das richtig teuer ist. Oha, hier ist ja ein richtiger Berg, der weg muss. Naja, gut, ist dann so. Ähm. Okay. Leicht verschätzt. Okay. Okay. So, die medizinische Fakultät. Holy shit, das ist ja ein riesiges Universitätskrankenhaus. Brauchen wir dann das da überhaupt noch? Naja, wird man sehen, ne? Aber wahrscheinlich schon. Ich sag mal, die Gesundheitsversorgung in unserer Stadt ist halt hervorragend. Okay, Müllberge sind nicht so hervorragend. So, akademische Werke. Ja gut, wir können hier mal Dissertationen fördern. Puh, die Anzahl der Studenten ist auch ganz schön hoch. Aber jedes Gebäude erhöht ja hier auch, ne? Also wir haben ja, die maximale Kapazität an Studenten ist, wie hoch ist die eigentlich? Sieht man das irgendwo? Ah, hier, 3400. Aber es reicht sowieso an akademischen Werken noch nicht und an Campusattraktivität auch noch nicht. Was ich nicht verstehe, weil... Bro. Mhm. Sieht doch ganz gut aus. sieht doch ganz gut aus was wir brauchen was ich halt auch sehe ich würde gerne was würde ich gerne als erstes kaufen wir haben sie ja bald erreicht aber ich glaube diesen bereich ich würde dann hier irgendwo ganz gern so ein park and ride gedöns hinbauen damit die leute besser in die stadt kommen und auch um den müll müssen wir uns noch kümmern wie könnten wir uns um den müll kümmern müll umschlags anlage ja aber das muss ja irgendwie so ein bisschen abstehen wir können ja mal schauen ob wir irgendwie da was hinbekommen also letzten endes hilft alles nix oder lass mal gleich ein bisschen größer bauen mit zwei spuren in jede richtung damit die müllfahrzeuge hier sich direkt so einordnen können wie sie fahren müssen so und hier kann jetzt so ein kleiner bereichen und servicebereich würde ich jetzt mal nennen da kommt dann es ist noch zu nah an der stadt aber das hier ist ja auch keine lösung deponie ach du heilige recyclingzentrum müll umschlags anlage sei wirklich müllverarbeitungsanlage large recycling center das large recycling facility can deal with the most demand of citizens shifting through room garbage over time das ist aber schon eine recht teure angelegenheit hier room garbage aus Aber wir müssen echt schauen, dass das nicht zu sehr die anderen hier belästigt. Aber so ein Bauhof quasi, ist schon wichtig. Letztes Jahr. Plus ein Werk, plus 322 Studis, plus 290 Attraktivität. Studiengebühren jetzt 10 pro Student, das ist auch schön. Fluiddynamik verstehen. Müssen wir direkt wieder weiter supporten hier. Immer schön akademische Werke raushauen. So, aber was wir hier auch brauchen, auch wenn das ein bisschen hart ist, dass ich hier neben die Müll... Boah, das ist... Boah, das ist aus ethischen Gründen schon wirklich verwerflich, wenn ich jetzt hier ein Krematorium baue. Was willst du machen? Wobei das die Leute halt auch null stört. Wir können das mitten in die... Ja, aber das... Komm. Ich meine, die Friedhöfe sind noch nicht überlastet oder so, aber... Der ein oder andere möchte vielleicht auch nicht auf dem Friedhof, ne? Ich habe extra viel Abstand gelassen. 42% voll. Ei, 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 ei. So, und hier ist halt jetzt die Problematik mit dem Müll. 5400 pro Woche. Alter. Okay, das muss ganz woanders hin. Aber ganz woanders. Ja, die müssen gerade eine Menge Müll holen oder hoher Frachtverkehr. Okay. Ja gut, die Anbindung von der anderen Seite ist halt auch noch nicht fertig, ne? Das ist alles bisschen suboptimal. Hm, hm, hm. Ich meine, ich vermute, die Anlage ist so teuer, weil die halt dann den gesamten Müll der Stadt oder so verarbeitet. ich würde das eher hier drüben hinbauen. hier kann dann eh später unser Industriegebiet hin, auf die Seite. was ist denn das hier für eine Straße gewesen? Das war... zweispurige... die da, ne? Ich baue die mal bis da. Und... so... Das Ding will keiner haben. Aber irgendeiner muss es ja machen. So... Okay, das... Müllverarbeitungsanlage. Aber ist das auch nur eine Verbrennungsanlage? Hm. Naja. Aber mit diesen Sammelstellen ist schon gut. Müllprozent voll. Okay. Also das Ding kann wahrscheinlich immense Mengen... sieht man ja auch. Das sind ja... 10 Millionen Tonnen Müll oder was? Also... das kann immense Mengen verarbeiten. Und produziert dabei auch noch Strom. Was ist eigentlich auf Twitter los? Hm. Ich hatte ja keine Ahnung, was macht, wann es so viel Spaß macht. Wo soll ich anrufen, wenn jemand... wenn niemand kommt, um die... kostenloses WLAN... Recycling. Das ist sehr schön. Müsste Gesundheitsversorgung nicht von vornherein gratis sein? Ist doch wahr. Rhetorische Frage. Du willst also was gratis? Da. Mein Freund. Deine Kündigung war gratis. Okay. Schauen wir mal weiter. Also die Müllverbrennungsanlage kann ich ja jetzt hier abreißen. Das kann ja weg. Und die Natur kann sich hier hoffentlich wieder erholen. Hoffe ich wirklich. So, was ich jetzt hier ganz gerne hätte... Da müssen wir wahrscheinlich den Autobahn-Zubringer und so nochmal umbauen. Na, was ich hier gerne hätte, wären Park and Ride. Das heißt, ich baue das nochmal weg. Und baue hier nochmal eine Tram hin, oder? Boah, das ist eigentlich der optimale Punkt für einen Hub. Bus, Bus, U-Bahn. Bus, Zug, Straßenbahn. Warte mal, ich kann ja auswählen, ne? Monorail-Hubs. Monorail-Bus-Knoten. Monorail-Straßenbahn-Hub mit Straße. Monorail-Zug-Knoten. U-Bahn-U-Bahn-Zug-Monorail-Straßenbahn-Hub mit Straße. Okay. U-Bahn-Zug-Monorail-Straßenbahn-Hub mit Straße. Aber fühle ich irgendwie? Okay, dafür ist die Autobahn im Weg. Verstehe. Okay, dann reparieren wir mal erst kurz das Stück hier. Damit die Müll-LKWs fahren können. Und dann machen wir uns mal Gedanken zur Autobahn. Ich würde sagen, machen wir Pause. Als wäre das möglichst hier schon möglichst hier schon in die Erde verlegen. Was für eine Autobahn haben wir denn da eigentlich? Ich glaube, ganz normal reichspurig, oder? was für die Welt wie möglich ist. um nope 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 oh yeah so und dann können wir das nochmal weg machen und dann können wir hier nochmal den mega habe was denn bereits belegt nach wegen der u-bahn okay das hier ist mir wichtiger das heißt erstmal kommt das dahin wo ist das krass so hier werden sogar die gleise aufgetrennt okay wir haben jetzt hier noch da unten ist eine straßenbahn hier haben wir einen Zug U-Bahn, Zug, Monorail, Straßenbahn, Hub was ist das andere ist eine oberirdische U-Bahn oder was wahrscheinlich wir haben aber auch eine unterirdische U-Bahn jetzt muss ich jetzt einfach mal kurz gucken ne gleise will ich Oberleitungsbus, Straßenbahn U-Bahn ah ja hier sieht man es jetzt an den straßen das ist U-Bahn und das ist da ein Fernzug oder so ich will nochmal gucken U-Bahn ja das ist eine oberirdische U-Bahn das ist eine noch oberirdischere U-Bahn aber wir haben auch noch eine unterirdische U-Bahn hier mit dabei wow und eine Straßenbahn ja da wird sich doch ein Park & Ride realisieren lassen oder? vielleicht sollten wir gleich mal die unterirdische U-Bahn irgendwie anschließen dann in jetzt auf jetzt auf auf ja ist echt eine ganz gute frage wie man das hier am sinnigsten macht noch dann brauche ich mal kurz die straße dann brauche ich hier auch eine U-Bahn Haltestelle so als Endteil der Stelle quasi U-Bahn erhöhte U-Bahn Haltestelle einfach nur so eine ganz kleine dann Gleis einspuriges U-Bahn Gleis eigentlich würden hier überall Einsprüche reichen weil wir sowieso einen Kreis bauen aber ich weiß nicht ob das irgendwelche Nachteile hat das anders zu machen dann einfach bleiben wir erstmal so würde ich sagen so ja ja das ist jetzt nicht das schönste U-Bahn Netz das man hier gesehen hat ne gebe ich jetzt zu aber es heißt ja auch nicht dass man es nicht im Nahhinein nochmal irgendwie eieieiei irgendwie ändern kann aber komm dann fahren wir das mal so um dass die Fahrtrichtung schon irgendwie vorgegeben ist das dürfte theoretisch ja auch zu höherer Effizienz führen wenn die immer nur in die eine Richtung fahren so ist natürlich falsch so ist richtig 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 so und dann können wir eine U-Bahn Linie bauen von hier nach da oh die Innenstadt habe ich jetzt ganz vergessen nach da nach da nach da nach da nach da nach da und nach da ja das wird an eine andere U-Bahn Linie angeschlossen wir haben noch mehr U-Bahn Linien hier zur Auswahl so und jetzt äh muss die Autobahn noch neu und die muss dann unter der U-Bahn lang so das Stück kriegen wir auch noch irgendwie hin so das Stück kriegen wir auch noch irgendwie hin so und dann so 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 Autobahn unter der U-Bahn das ist natürlich sehr schlau aber wenn es funktioniert ne wenn es funktioniert nur der Park & Ride soll natürlich später direkt irgendwie von der Autobahn erreichbar sein sonst ergibt das ganze ja auch wieder keinen Sinn ein so damit ist das hier schon mal bereit dann könnte man hier auch monorail linie einrichten und zwar auch noch an ist die u-bahn auch noch da soll er dann auch noch hier lang gehen der soll nur noch dahin das wird auch noch mal so ein zentraler monorail hub so hier können dann auch fernzüge ankommen das heißt die autobahn hier muss sowieso irgendwie komplett umgebaut werden vielleicht setzen wir diesen gesamten autobahn bereich einfach unter das wäre möglicherweise gar nicht mal so schlecht aber ich würde sagen das war es soweit mit der heutigen folge vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns macht es gut bis dann und tschüss